Nääääh, den Kopf hier bringt nix. Das kaputt machen bringt wieder nix. Ich lasse es auch einfach nicht in Ruhe. Ich denke mir, boah, Steine töten weiter, Spaß macht das. Ja, jetzt hat mich der Polen mal gar nicht erwischt. Was zum Geier, warum auch? Kleiner Eisluchs, tot, tot. Ah, seht ihr? Hier, die Polen kann ich jetzt mit einem Schlag töten. Ja, müssen wir mit Anlauf gehen, okay. Und wursch, ja, jetzt sind wir wieder langsamer, warum auch immer. So, äh, 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 nach oben gehen. Gibt's hier irgendwo, kann ich hier wieder was kaputt machen? Zack, 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 ein Geheimnis. Drück mal lieber alles. Echt, ich bin, jetzt drück ich wirklich lieber alles, weil ich hab so viele schon verpasst, wette ich, dass es nicht mehr feierlich ist. Und ich brauch dafür schon wieder 150 Videos, ehe ich das Spiel durchspiele. Das seh ich. Ah, fick dich. Das seh ich doch jetzt schon, komm. Gut, sie gehen nach oben, das ist gut, gut, gut. Hier, hier, genau hier wollte ich hin. Sehr, sehr schön. Zack, kleine Archikopter tot. Und hier springen wir so, den verscheuchen wir und da springen wir so. Jetzt sind wir hier und schieben den Stein dahin. Wow, und, ha, mit einem Schlag bist du jetzt tot. Tot, 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 tot. Tot, 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 tot. Oh, ne, meins. Nach links ist alles schieben. Schieb, oh Gott, in der Eiswelt schieben, das ist ja so lustig. Oh Gott, ist das los. Oh Gott, das dauert ewig. Ah, jetzt geht's schneller, weil unter uns kein Eis mehr ist das. Ist formidabel, wir können nach oben gehen. Perfekt. Wo kommen wir hin? Was? Oh mein Gott. Wie sieht das denn aus? Das klingt nach, äh, Horror, Spektakel, Höllenfeuer. Hier kann man nirgendwo richtig durchgehen. Warum sind die Schatztronen auf dem Kopf? Oh Gott, wir gehen erst mal in den unteren Gang. Äh, gucken erst mal, ob wir hier einen Geheimgang haben. Nein. Schlagen den Engel oben an. Bringt nix. Okay. Aha, aha. Komische Welt. Sehr komische Welt. Hi, das sind Augen da im Hintergrund. Äh. Kann ich euch hier irgendwie aufmachen? Nein. So, dafür die Flamme ausgetült. Perfekt. So. Mhm, mhm, mhm. Aha. Das wegmachen. Na. Oh, Geld, 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 Geld. Dann haben wir wieder 150. Ah, geht kaputt. So. Äh. Äh, äh. Okay. Äh. Was bringt das? So, hier. Nix. Würmer. Was? Was? Das ist ja geil. Die laufen weg und kommen dann nochmal angerannt. Okay. Ähm. Warum ist die Schatztruhe auf? Hm. Okay. Das, 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 das hier drücken. Da, da, das hier drücken. Kann ich das kaputt machen? Nein. Oh Gott. Das ist jetzt ja schon geil. Nein, Fledermaus, Fledermaus, Fledermaus. Tod. Und? Warum? Oh Gott. So kann ich euch töten. Sehr schön. Jetzt lesen wir erstmal, was hier steht. Pff. Ja, nix. Ah, ha, ha. Ah, dieses Spiel ist lustig. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, lesen wir hier. So. Ah. Ein Dummkopf dachte, er wäre, er wäre schlau, weil er ein Dummkopf war? Äh. Hä? Ein Dummkopf dachte, er wäre weise, weil er ein Dummkopf war. Äh, kleiner Geist. Er war richtig. Ein Dummkopf war weise, aber er dachte, er wäre ein Dummkopf und so war er es auch. Ähm, Selbsttäuschung, Self-Depristaging, keine Ahnung. Ähm, aufgrund seiner Dummheit, äh, ging er nach links. Aha. Äh, da ist nur, es gibt nur einen wahren Weg. Äh, möge der wahre Weise sein. Mhm, cool. Äh, nach rechts. Ne, Moment. Ein Dummkopf war weise, wo ging er, äh, das war er, er ist nach rechts gegangen. Gehen wir nach rechts. Naja, gehen wir erstmal hier lang. Du, 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 du. Ich kann die Fledermäusche nicht töten, ich bin so dumm. So, jetzt gehen wir hier lang. Was haben wir denn hier? Wir gehen nach unten und finden. Das sieht hier alles sehr komisch aus. Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Das ist ein krasser Korridor. Das ist ein kleiner Lämpchen. Ich finde die süß. Ah. Äh, ihr werdet nicht das finden, was nur beim Herumlaufen. You will not find the way. Achso, ihr werdet euren Weg nicht finden, nur durch Herumlaufen. Äh, nur die Courage wird euch in die Verwirrung bringen und dadurch euren Wunsch erfüllen. Okay. Äh, 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 aha. Wie soll ich denn bitte... Moment. Hä? Ne, nix gehört. Äh, aber wie soll ich an dieses Ding da kommen? Naja, das finden wir später irgendwie heraus. Wir gehen erstmal hier weiter. Das ist mir alles zu kürre hier. Aha, hier geht's wieder nach unten. Da, Schlange getötet. Bevor die irgendwas machen konnten. Hier, kleine dumme Schlange. Hier, 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 hier. Wo führt mich denn der Weg hier hin? Gehen wir mal nach unten. Ich bin jetzt gespannt. Und wir kommen an... Äh, äh... Ach du... Stimmt. Oh, ich hab ne Treppe vergessen und übersehen. Bin ich dämlich. Ja. Ja, natürlich. Ich hätte hier auch schon ein bisschen früher hinkommen können. Axel Krieger! Oh, fuck. Ja, ihr habt ein Schild in der Hand. Ich hab's gesehen. So. Da ist nix drin. Und hier finden wir auch nix. Ganz bestimmt. Aber wir gucken mal. Ne. Hm. Okay. Gehen wir rechts. Bringt wenig. Aber vielleicht gibt's da einen Geheimgang. Oh, 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 oh. So. Nein. Und... Nein. Verdammt. Und... Nein. Verdammt. Und... Nein. Nein. Gut. Durch die Türen können wir eindeutig nicht durchgehen, weil die nur von der anderen Seite aufmachbar sind. Mhm. Aha. 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 Okay, wir gehen weiter. So, nach links. Denn da kommen wir auch alle her. Was? War diese komische Barriere da vorher schon da? Ich... Wenn ja, dann hab ich sie einfach mal gekonnt übersehen. Äh... War die echt vorher schon da? Kein Plan. So. Hier kann ich jetzt nicht nach rechts oder links gehen, was mich irritiert. Hm. Weil ich nicht von der Leiter einfach absprengen kann. Das ist doch komisch. So, wir drücken die ganze Zeit lieber eine Taste, bevor wir vielleicht irgendwas... Schlange unter mir, Federmaus über mir, zappen. Hm, fuck. So, so. Schön. Jetzt gehen wir den rechten Weg. Den rechts. Das ist weise. Zack. So. Kein Geräusch, kein nix. Tot. Shit. Zack, zack. Äh. Zack. Wui. Double kill mit one hit. Single hit. Jetzt sind wir hier. Ah, ja. Okay. Und wir springen erstmal hier rüber. Zack, zack. Und wieder nichts. Aber, naja. Fledermäuse können wir auch nicht alle töten. Jetzt kommen wir dann immerhin hier hin und können jetzt... Mal gucken, ob hier was... Äh. Äh. So. So. Und drin ist Geld. Oh. Das war viel... Fick dich. So. Ja. Sehr schön. Das war viel Geld. Das ist gut. Hier will ich nicht runterfallen. Ich will hier lieber nach oben gehen und gucken, ob wir auf der anderen Seite, ob wir die Augen kaputt machen können. Nein. Ah. Äh. Hä? Ah, ja. Also. Ich glaube aber nicht, dass es klappt. Ne. War ja klar. Mhm. Also war der Weg doch nicht so richtig, wie ich... Fick dich. Dachte... So. Ne. Weil wirklich woanders hin kommen wir hier nicht. Oh. Fuck. Fuck. Gut. Okay. Puh. 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 Wieder nach unten fallen und die Fledermaus nicht töten, denn Pazifist. So. Jetzt fallen wir hier nach unten und gehen jetzt wieder nach oben. Scheiße. Also gehen wir jetzt den linken Weg und finden da dann vielleicht, weil wir weise sind, uns aber dumm denken, den richtigen Weg des Dummen. Denkers. Kein Plan. Die Rätsel sind mittlerweile fast schon sehr verwirrend. Ich blicke nicht mehr wirklich durch, aber das macht nichts. Wir gehen nach links. Zack. Und? Ah, ja. Geht der doch ein bisschen weiter, ne? So. Weil hier kann man einen Schalter drücken. Oh, äh, äh. Lamm. Lamm. Okay, Moment. Es landet hier. So. Äh. Oh, oh, oh. Das hab ich nicht kommen sehen. Lammipami. Und dich mach ich tot. So. Oh. Will ich haben. Unbedingt für den Bosskampf, den ich irgendwann mal beschreite in drei Jahren. Zack. So. Dann kommen wir jetzt immerhin hier hin und können hier was hinlegen, oder? Salamander. Aufheben. Okay. Was? Ich dachte, ich hätte was gehört. Okay, schade. Meine Ohren trügen mich. Hier auch nichts. Okay. Dann weiter nach oben. Das sieht hier alles so komisch aus. Und hier ist wieder eine Schatztruhe, die... Ne? Ich verstehe es nicht. Und noch ein Schild. Das ist doch scheiße, das ist doch. Gewichte. Schön. Das ist nicht scheiße, aber... Ah, fuck. Moment, wir gehen durch. Zack. So, jetzt sind wir wieder hier und gehen den oberen Weg. Aber das ist kein Unterschied zu vorher. Aber... Ah ne, wir haben nur ein Level ab. Ich dachte, ich hätte Geheimnis gelöst. Nein. Jetzt sind wir wieder hier. Aber dafür haben wir die Salamander rum. Was auch immer uns das bringt. Äh. So. Fuck, fuck, fuck. Gibt's hier irgendwas? Ja, war ja klar. Ey. Ah. Derjenige, der nur wartet, ist ein wahrer Dummkopf. Ihr habt sehr gut getan im Verstehen. Seid ihr weise oder ein Dummkopf? Äh. Nur eure Aktionen werden euch sagen. Ich, äh, sage voraus, oder... Dass ihr wirklich weise seid. Ey. Das unsichtbare Treppen. Jetzt... Jetzt wird das Spiel radikal. Was zum Ficken. So. Können wir die Augen hier kaputt machen? Zack, zack. Nein. Aber da... Oh Gott, nein. Ich möchte da noch rankommen. Aber jetzt ist weg. Für immer, für immer und ewig. Es ist verschwunden. Was? Was war da? Was? Was ist nur kaputt? Wo bin ich? Da oben. Oh Gott. Okay. Äh, 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 äh. Was soll das? Teleportationssystem? Ach du Scheiße. Wo bin ich hier? Ganz viele Shurikans. Das ist geil. Und nix. Können wir das Auge kaputt machen? Nein. Ich drücke hier überall lieber nach unten. Und zack. Das Auge können wir auch nicht kaputt machen. Jetzt drücke ich lieber nach oben. Was? Wo bin ich jetzt? Wo, wo bin ich? Ich sehe mich nicht. Wo? Äh, da. Ich war in dem Stein drin. Was? Alter. Was ist denn? Durch Zufall Teleportationssystem? Jetzt sind wir hier. Ich gebe hier dann nach links. Wahnsinn. Okay, 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 okay. So langsam verste... Was? Jetzt ist die Karte da. Wieso? Was habe ich gelöst? Alle Schatztone einmal berührt? Was? Jetzt sind wir hier. Zack. Ich mache dich tot. Denn du hast deinen Maul aufgemacht. Ich kann hier nicht rein. Ficken. Nach oben geht's. Was zum... Jetzt sind wir... Wie? Was? Hier? Was? Da komme ich nicht hin. Wieso auch? Immer. Was? Kann ich hier durchspringen? Nein, kann ich nicht. Probieren wir es nochmal. Kann ich hier nach unten drücken, oben drücken? Nein, bringt nichts. Hau-de-boh-de-boh-de-boh. Kann ich hier nach O? Ah, vielleicht gibt es wieder eine unsichtbare Leiter. Nee. Nein. Aua. Ich drücke jetzt überall nach oben, weil vielleicht gibt es hier wieder eine unsichtbare Leiter.